Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 30. Juli 2020. Und unser DAX gibt sich hier Mühe, das Ding oben zu halten oder nach oben zu kreiseln. Oder vielleicht auch Mühe, es einfach nicht runterfallen zu lassen. Wir stehen letztendlich in der gleichen Situation wie die ganzen letzten Tage auch schon. Also das, was wir die letzten Tage vom Muster gesehen haben, ist jetzt nichts Neues. Also das gliedert sich komplett ein in die gesamte bisherige Bewegung. Damit haben wir hier eigentlich auch nicht viel zu besprechen. Wir haben ein leichtes Auftreten hier oben. Wir hatten gestern schon mal darüber gesprochen, so über 8,50. Wenn er das schafft, könnt ihr nochmal an die 900 ran hier. Da waren wir noch nicht mal gewesen. Das muss ich natürlich auch sagen. Also Käufer und Motivation ist halt auch was anderes. Also da hinten raus, da noch so ein kleines Hochgeklecker. Das ist halt auch nur eine Flacke. Und das auch nur und nur. Und wir sind immer noch außerhalb vom Keil. Und dann nur so Flacken. Da muss ich schon irgendwie mal ein bisschen was bringen. Also über 900 muss er halt jetzt mal raus. Da muss er einen fetten Stundenschluss drüber setzen, um auch mal wieder so eine Ansage zu machen. Einfach, hey, ich bin da. Ich bin geil. Ich will gekauft werden halt. Bringt er das. Dann wäre hier oben die 12,995. Dann wäre hier oben der Pullback an die Gapkante, an die Keilkante, inklusive der Tiefs hier hinten. So um die 13,70, 13,80 rum. Ganz interessant. Von dort könnte er sich dann auch wieder ganz gut wegdrehen. Können wir vielleicht mal noch einen Falschen mit reinsetzen. Aber was er dafür braucht, ist über die 900 drüber halt. Er müsste da den Schutz einfach mal reinsetzen. So dass ich jetzt hier vielleicht das so in die Richtung zeichnen würde. Alles was jetzt hier über 900 geht, wäre in meinen Augen dann Potenzial bis zum Gapklos da zumindest mal hoch. Dann könnt ihr dort schon wieder auf den Deckel kriegen. Also auch über den Gapklos sogar drüber könnte ich mir vorstellen. Dass er da so Richtung 13,60, 13,80 strebt. Und ja, wie gesagt, da könnt ihr schon wieder auf den Deckel kriegen, wenn er dann nämlich den richtigen Pullback macht. Dann die Kalkante, das hat er hier verpasst. Dazu müsst ihr jetzt zum Freitag, nee halt, ich muss eben aufpassen. Ich bin einen Tag im Kopf versetzt. Wir haben jetzt erst Mittwoch, Donnerstag. Das ist aber auch wichtig, ne. Freitag, Freitag haben ein anderes Bewegungsverhalten. Und wir ist jetzt wie, als ist Freitag. Weiß nicht, das fühlte sich nicht wie ein Mittwoch an. Das fühlte sich nicht wie ein Mittwoch an. Eher wie ein Donnerstag, aber ist egal. Gut. Ja, grundsätzlich. Er müsste hier drüber, dann könnte er das schaffen. Einmal hier oben ran und wieder zurück. Dann wird er es sogar schon am Donnerstag schaffen können. Das Potenzial sollte man ihm zusprechen, auch wenn er aktuell absolut keine Bewegung zeigt. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn er dann mal aus der Versenkung rauskommt, dass er dann doch ein bisschen getreten werden kann. Gerade jetzt auch nach dem Fed-Termin. Ansonsten gilt auch hier unten weiter, der Trigger, der fehlt ja noch. Da ist der DAX weiterhin nicht gewillt rauszugehen. Wir sind drunter gestartet, ne. Und direkt nach oben durchgezogen. Also, pff. Einmal sechs Sätzen, DAX. Nicht verstanden. Aufgaben nicht verstanden. Thema verfehlt. Ja, hat sich gut gehalten, hat sich gut gemacht. Müsste auch eine kräftige grüne Tageskette jetzt im Tagesshot geben. Die gibt nun natürlich auch nach oben hin wieder ein bisschen Hoffnung. Das heißt, wenn es dem DAX wirklich gelingt, hier den 12900 zu überwinden zum Donnerstag, sind Anschlusspotenziale möglich. Gelingt es ihm nicht, drückt er sich wieder nach unten. Stundenschluss unter 840. Würde ich eigentlich schon fast sagen, müsse man nochmal hier unten mit dem Trigger rechnen. 790 bis 760. Das wäre anzulaufen. Also hier unten so das Band. Dann wäre hier nochmal drin. Dann könnte er wieder den ganzen Tag zur Seite hampeln, bis er irgendwann das Ding mal auflöst. Perspektivisch wird es passend zum Donnerstag Nachmittag auszulaufen. Das aufzulösen und zum Vormittag einfach nochmal die Grenzwerte auszuloten. Vielleicht einfach mal unten alle ausstoppen, dann oben alle ausstoppen und dann unten raus. Oder sowas halt. Passen Sie aber trotzdem auf. Wir sind in einer starken Seitwärtsphase. Wir haben wenig Bewegung. Es ist wie so ein kleines Sommerloch gerade ein bisschen. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu aggressiv dann auch in vermeintliche Ausbrüche rein trittet, die dann gar keine sind. Deswegen verlieren immer viele in Seitwärtsphasen so viel. Das ist ganz, ganz, ganz typisches Verhalten. Und dann immer genau dann, wenn der Markt anfängt zu ziehen, dann geht man rein und bremst der Markt ab und dreht einfach rum. Und schiebt einen stunden, tagelang in die andere Richtung vor sich her. Das ist nicht ganz untypisch. Aber grundsätzlich, wir sind außerhalb des Keils. Wir haben eine Flagge. Die Flagge müsste eigentlich eher nach unten lösen. Das sehen wir momentan auch nicht. Deswegen sollte man da warten, bis die Flagge nach unten löst. Das ist erst tatsächlich das Signal der Flagge. Also in der Bärenflagge heißt es nicht mittendrin einfach blind nach unten. Sondern wirklich den Flaggenbruch abwarten. Das wäre dann tatsächlich hier, passt mit unserem Trigger hier. Und drüber sollte man sich schon mal mit einem Kontakt 9, 9, 9, ja, 12900, 12910 anfreunden. Und was darüber geht, Gapkloß 1299 und hier oben auch so 1360 bis 1380. Das ist denkbar. Ja, ansonsten kann man dazu hier nichts sagen. Tagesschart haben wir schon gesagt. Grüne Kerze. Na, da ist er. Das ist nicht so eine überzeugende Kerze. Das ist eher mehr so eine, hm, hallo? Ich wusste jetzt nicht so, wo ich hin soll, Kerze. Hat einen schönen Kerzenkörper. Recht gut gefüllt. Aber dafür, dass es jetzt so ein starker Tag ist, hätte man eigentlich mal die Vortagseröffnung überwinden können. Also eine 8,90. Ich meine, das sind 30 Punkte. Warum hat er die nicht geschafft? Weil er wieder verkauft wurde in den letzten Minuten. Also, hm. So richtig überzeugend ist das noch nicht. Das ist ein erstes Anzeichen, dass er auftreten kann. Deswegen auch hier, oberhalb von 12.900, vielleicht ein bisschen auf der Oberseite achtsam sein. Na, dann kann er ein bisschen loslaufen. Hätte ein bisschen Platzentfaltung. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Der Rest ist gleich geblieben. Sind immer noch hier am Fleck. Tanzen auf der Stelle. Drehen uns im Kreis und schreien. Yippie. Oder auch nicht. Die meisten kotzen ja immer in so einer Bewegungsphase. Aber hier auch die Storastik. Bin ich gespannt. Also, untergeordnet. Ihr Abwärtsrisiko noch da. Aus Tageschart könnte man sich schon wieder ein bisschen, könnte man sich schon wieder ein bisschen in Kursfantasie nach oben ableiten. Insbesondere, wenn er jetzt anfängt, oberhalb des Tageskloßes auch zum Donnerstag weiterzulaufen. Ja, das muss man schon sagen. Also, das ist eine grüne Kerze. Storastik dreht hoch. Gibt sogar hier schon ein Signal. Das ist über die Signallinie. Oder zumindest an die Signallinie ran. Also, tja. Tja, DAX. Mach was draus. Ja, bisher das unten wie oben vermieten, Signale zu setzen. Gucken wir mal, ob zum Donnerstag was kommt. Ich möchte nicht auslesen, dass wir zum Vormittag noch ein bisschen hin und her sehen. Das wäre typisch für den DAX einfach und zum Nachmittag ausbrechen. Lassen wir uns mal überraschen. Lassen wir uns mal überraschen. Wichtigen Punkte sind klar und mehr kann ich nicht mitgeben. Mach mal aus und bis morgen. Tschüss.